Nichts Menschliches, nichts Unmenschliches ist im Fremd geblieben, so rühmte der einst expressionistische Dichter und nachmalige DDR-Kulturminister Johannes Erbecher Hans Falladar in seiner Grabesrede. Die westdeutschen Fötungszetteln, der haltlose Trinker oder Glücksgefühl im Untergang, was auch wieder nicht so ganz falsch ist, denn Rudolf Dietzen, der sich als Schriftsteller Hans Falladar nennt, ist ein Mensch der Widersprüche und der Exzesse im Trinken, im Leben, im Schreiben. Heute vor 75 Jahren starb er in Berlin, ein Stichtag von Hartmut Schade. Es muss geschrieben werden, jeden Tag. Und wenn es schlecht ist, dann muss es eben nochmals später geschrieben werden. Aber erst mal muss weiter geschrieben werden. Erinnert sich Anna Dietzen an Falladas manischen Schreibtrank. Anna Dietzen ist nicht nur Ehefrau, auch Vorbild für das Lämmchen in Kleinermann-Was-Nun und Empfängerin eines der ungewöhnlichsten Liebesbriefe der Weltliteratur. Suse, ich muss dir ein schmähliches Geständnis machen. Ich kann es nicht länger behalten. Liebe Suse, ich bin gestern in eine Konfitürenhandlung gegangen, habe mir ein halbes Pfund Kokosflocken gekauft. Es waren Kokosflocken mit Ananasgeschmack, also etwas ganz besonders Perverses auf diesem Gebiet. Als Rudolf Dietzen wird Hans Fallada im Juli 1893 in Kreiswald geboren. Der Sohn eines Richters kränkelt viel, erleidet Unfälle und überlebt zwei Selbstmordversuche. Nach dem zweiten steckt man ihnen eine Nervenheilanstalt. Dort entlassen beginnt er ab 1913 eine Lehre in der Landwirtschaft, arbeitet auf Gütern in Mecklenburg und Pommern. Doch habe ich all diese Zeit gelernt für das, was ich einmal werden sollte, ein Schriftsteller. Ich war nämlich fast immer mit Menschen zusammen. Dem Schriftsteller Fallada steht der Morphinist Dietzen im Weg. Wegen Unterschlagungen landet er mehrfach im Gefängnis, muss sich in Sanatorien behandeln lassen. 1931 der erste Erfolg, Bauern, Bonzen, Bomben. Im Jahr darauf der internationale Durchbruch mit, kleiner Mann, was nun? Wir bekamen ja furchtbar viele Leserbriefe. Und da fanden wir eben auch, dass viele eben ihr eigenes Schicksal in dem Buch wiederfanden. Und sagten ja, also das ist ja unser Leben und das haben wir auch erlebt und das müssen wir täglich wieder erleben. Er hat ja tatsächlich die Sprache dieser Menschen gekonnt. Kleiner Mann, was nun, wird in 20 Sprachen übersetzt. Die Ufa und Hollywood verfilmen den Roman. Von dem Geld kauft sich Hans Fallada ein Haus im mecklenburgischen Karwitz. Er will raus aus dem lärmenden Berlin, weg von den Nazis, die ihn wegen Umgangs mit Juden in Schutzhaft genommen haben. Die Tatsache, dass er eingesperrt war, die hat ihn doch so, so beeinflusst, dass er tatsächlich einen kleinen Verfolgungswahn kriegte und zum Alkohol griff. Und dann hat er eben dieses Karwitz, dieses Karwitzer Grundstück gefunden. Es werden Falladas produktivste Jahre. 13 seiner Bücher entstehen hier, darunter so bedeutende Romane wie Wer einmal aus dem Blechen abfrisst, Wolf unter Wölfen und Der eiserne Gustav. Aber auch Kinderbücher wie Die Geschichten aus der Murkelei oder Hoppelpoppel, wo bist du? Also bei den meistens beteren Büchern, da ist es doch so gewesen, dass er jedes Buch eigentlich mit einem Salatoriums Offenheit bezahlt hat. Im Mai 1945 setzt ihn die Rote Armee als Bürgermeister von Feldberg ein. Nach wenigen Monaten bricht Hans Fallada zusammen. Johannes Erbecher holt ihn nach Berlin, drängt ihn zum Schreiben, verschafft ihm die Gestapo-Akten über ein Arbeiter-Ehepaar. Jeder stirbt für sich allein, wird Falladas letzter Erfolg. Die ungekürzte Fassung wird 2011 noch einmal zum internationalen Bestseller.